Und völlig überraschend ist es mal wieder soweit. Die Hannover Messe steht vor der Türe, in diesem Fall die Hannover Messe 2020. Unsere Teams arbeiten schon mit Nachdruck an der Vorbereitung der einzelnen Stände und der Themenpakete. Das sind dieses Mal Cyber Security, funktionale Sicherheit, unser Engagement auf der internationalen GMS-Plattform und natürlich die internationale Standardisierung. Ich hoffe, Sie sind dabei. Wir sehen uns. Tschüss.